Das ist ja alles Inspiration, wissen Sie? So als Künstler ist ja immer alles irgendwie Inspiration. Ich mein, das wissen Sie jetzt freilich nicht, aber ich habe zum Beispiel jahrelang beim Radio gearbeitet, am Empfang. Da haben dann immer irgendwelche Leute angerufen, die wissen wollten, wie ein Lied heißt, das irgendwann vor drei oder vier Wochen im Radio gemäß. Was ist denn das für Lied? Ach so, was für Sprache? Schon Englisch, aber instrumental. Dann habe ich mal so eine Zeit lang als Vertreterin gearbeitet, so für Alarmanlagen. Dann bin ich mir so von Haustür zu Haustür gegangen, habe ich echt gut verdient. Aber immer wenn keiner daheim war, habe ich einfach ein Prospekt auf den Kühen-Tisch gelegt. Das dauert ein bisschen, gell? Ja. Ja.